Musik Grüß Gott miteinander, ich bin der Vogel Franz aus Fuchsberg, bin hier seit 1989 im Betrieb. Mein Vater hat an mich übergeben und ich bin hier in der Brauerei zuständig für die Produktion und Technik. Der regionale Einkauf, nicht nur bei den Rohstoffen, sondern auch bei der Technik, ist für uns Fuchsberger Bierbrauer oberstes Gebot, sozusagen unser technisches Reihenheizgebot. In den letzten Jahren haben wir viel in die Bierqualität investiert, auch in den Neubau eines modernen G-Alar-Colors. Und diese hohe Bierqualität wollen wir natürlich auch durch entsprechende hohe Abfalltechnik bis in die Flasche erhalten. Die Entscheidung für die Krones Lavatec, unsere Waschmaschine mit 19 Flaschen in der Reihe, hat sich aus mehreren Gründen ergeben. Das optische Design der Maschine, der geringe Wasserverbrauch, die Größe der Maschine, sie passt optimal auf das uns zur Verfügung gestegende Platzangebot und die geringen Energie- und Verbrauchswerte einfach. Musik Die Erwartungen in Krones sind also voll bestätigt oder auch erfüllt worden, denn sie haben sich wirklich an die gebotenen Zeiten bezüglich Montage, Inbetriebnahme gehalten. Also die Inbetriebnahme wurde wirklich auf den Tag genau erledigt. Also insofern hat sich das Vertrauen in Krones wirklich ausbezahlt. Musik Mit dem Krones Mekka-Film, mit den 50 Füllstöllen, sind wir sehr zufrieden. Erfüllt mit einer sehr hohen Abfallqualität, also eine sehr geringe Sauerstoffaufnahme haben wir zu verzeichnen. Die ersten Messungen haben unsere Wartungen voll übertroffen. Und wir liegen momentan bei einem Sauerstoffaufnahme von 0,015 Milligramm pro Liter, was ein sehr guter Wert ist. Musik Ja, mit der Prontomatik sind wir sehr zufrieden, also die haben wir praktisch eingeschaltet und die Maschine ist gelaufen ohne große Probleme. Es muss also nur ein paar Feineinstellungen erledigt werden und die Maschine läuft. Wir haben uns hier für Krones entschieden, denn dieses Glück, den Weltmarktführer im Getränkemaschinenbau direkt vor der Haustür zu haben, haben ja nicht viele. Wir bauen hier auf eine langfristige, gute Zusammenarbeit und da werden wir unserer Überzeugung nach mit Sicherheit nicht enttäuscht werden. Musik Musik